Dialog heißt für mich, im Gespräch mit Gästen oder Insulanern über die Belange des Naturschutzes zu sprechen. Wenn ich einen guten Dialog geführt habe, dann werde ich die Solidarität wahrscheinlich für die Belange des Naturschutzes auch bekommen. Gerade da, wo Naturschutz und wirtschaftliche Belange aufeinandertreffen, dort ist Dialog und Solidarität stark gefragt.